Sporting-Chef Christian Keller hat es kürzlich bestätigt. Hallo, willkommen auf dem Kanal unserer Lieblingsmannschaft. Gehen Sie nicht, ohne den Kanal zu abonnieren. Auf diese Weise erhalten Sie täglich Benachrichtigungen über die besten Neuigkeiten vom FC Köln, da es hier täglich Videos gibt. Sportboss Christian Keller hatte zuletzt bestätigt, was Bild schon vor Wochen wusste. Der FC sucht intensiv nach einem neuen Zentrumsstürmer. Keller spricht von überdurchschnittlichem Bundesliga-Niveau und hofft in der Winterpause trotz Mauerkasse einen Topmann zu finden. Auch sein Trainer Steffen Baumgart hat ganz konkrete Vorstellungen, wie der neue Mann sein soll. Er sagt, wenn wir einen Spieler holen, dann sollte es wirklich ein Spieler sein, den ich nicht mehr entwickeln muss. Der entweder in der Bundesliga gespielt hat oder bei dem ich das Gefühl habe, den hab, ich in der Bundesliga schon mal gesehen. Klingt nach einem klaren Auftrag für Keller. Gründe für Verstärkung gibt im Abstiegskampf genug. Der FC hat die harmloseste Offensive der Liga. Bisher erst neun Treffer. Gefährlichster Angreifer ist Dewey Selker mit drei Toren. Selker hatte auch beim 1 zu 1 in Bochum den so wichtigen Ausgleich erzielt. Baumgart hält nach wie vor große Stücke auf den Stürmer, sagt, wenn er das Selbstvertrauen hat, dann kann er das schon. Stimmt aber neben Selker hat Baumgart keinen richtigen Angreifer für das Zentrum, der ihm auf Dauer Tore garantiert. Deshalb sucht Keller einen neuen Neuner. Leicht wird die Suche nicht. Köln hat nur um die 2 bis 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu ist der Markt im Winter eher übersichtlich. Auch die ausgesetzte Transfersperre der FIFA, die durch das bevorstehende Urteil des Internationalen Sportgerichtshof, CAS, wieder aktiviert werden kann, macht die Suche nicht wirklich leichter. Viele FC-Kandidaten könnten aufgrund der drohenden Sperre bei Verhandlungen bedenken haben, sich für Köln zu entscheiden. Denn tritt die Strafe tatsächlich ein, sind am Ende alle Transferpläne umsonst. Es wäre eine Katastrophe in der schwierigen FC-Situation. Denkst du nicht? Kommentieren Sie hier Ihre Meinung.